Hallo People of the Internet, wir spielen mal wieder vorne die dritte Kapitel-Level, keine Ahnung, wie man das ausspricht, was man dazu sagt, die Episode 3 von Kapitel 2, und mein Name ist Captain Chaos 84. Ja, aber für die neuen Zuschauer, hallo? In Süd- und Nordkorea? Ja, in Nordkorea auf jeden Fall, ja. Der Diktator ist voll der Fan, der hat ein Poster von hier an der Wand. So muss das sein. Ja, dem Aufzug wagt sich mal wieder an die Kampagne. Ich bin gespannt wie ein Donut. Und Donut. Irgendwie... ...gelüstet es mich... ...nach diesen Titeln. Wir brauchen. Und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft. Wie? Hallo? Wie hieß nochmal die Episode? Wie hieß das? Die Kampagne hier. Holz, Eisen und Stahl glaube ich. Holz, Eisen und Stahl. Holz, Eisen und Stahl. Holz, Eisen und Stahl. Holz, Eisen und Stahl mit dem Jarl. Komm, komm der war gut. Der war gut. Holz. Holz? 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 Du weißt, dass wir dafür geklämt werden können, ne? Und dafür kommt ein Thema, Scho-Mein-Folz. Und das Thema heute, es heißt Holz, Scho-Mein, Scho-Mein-Folz. Holz sieht schön aus, Holz ist viel dein. Scho-Mein-Folz, du kriegst das Verbrennen und das Segen. Los geht's! Du weißt schon, dass wir dafür geklämt werden können, ne? Das kann nicht sein. Oh, ich hab zum ersten mal einen Kill mit dem. Shit! Wow. Ey, jetzt kann ich den auch mal hier ein bisschen übeln. Das ist gar nicht das Holz von den 257ern. Das hab ich selbst komponiert. Ach so. Das haben die von mir geklaut. Dann nehm ich das mit den Claimers natürlich zurück. Wenn's selbst komponiert ist, darf man das auf YouTube veröffentlichen. Hier ist übrigens, äh, was zum Zerstören. Ja, ich probier grad was aus. Ach so. Entschuldige bitte. Dass ich dich in deiner kreativen Freiheit störe. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht, der Charakter. Macht voll Spaß. Wünschen mal was geiles sehen. Komm mal her zu mir. Aber greift den nicht an. Komm mal her zu mir. Du verpasches. Du verpasches. Okay, nicht angreifen. Nicht angreifen. Alle nicht angreifen. Können wir denn in die Säge schubsen? Ja, das will ich versuchen. Warte. Jetzt. Ah. Der ist gestolpert. Super. Ich bin gleich tot. Jetzt. Aha. Warte. Jetzt. Genau so. Lol. Jetzt nochmal. Nein. Jetzt. Ja. Das ist sehr cool. Oh. 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 Alie. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Auch. Oh. Ich kann hier. Ich bin nicht. Das ist geil. Das ist geil. mal wieder gegen Ritter hier oder was? Ah, jetzt treffen wir auf die Alte bestimmt, von Teil 1. Ja, mit Sicherheit. Oh, Schwarze hier. Die Schwarzfels-Legion oder wie heißt? Schwarzfelsen-Legion. Oh. Oh, kann man da nicht schießen. Oh. Schießt den Mafia? Geht nicht. Doch. Da hinten sind noch welche. Links und dort. Oh, angreifen. Super. Au, weg mich. Junge, ich bin tot. Wie geil. Voll die Trollmaschine. Ich will auch noch ein paar abschießen. Nein. Kann man noch Vögel abschießen? Wenn du einen Vogel runter holst. So weiß ich auch nicht. Na, da ist echt drauf in dem Ding. Kann ich mich auch selber holen. Wow. Ich bin Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. Ich bin Vicky, das kleine... Nein. Was steht denn? Was machst du da? Mich hinter dir verstecken. Nein. Ich kämpfe jetzt. Nein. Oh, Double-Gill. Jetzt kämpf doch gegen die. Nein. Ich hab übrigens was zum Zerstören gefunden. Doch. Kämpf gegen die da irgendwo. Oh, da kann man auch was zerstören. Ja. Ich hab jetzt schon mal geschreit. Ey, du Penner, Junge. Das ist einfach nur Gerechtigkeit. Das kann ich jetzt nicht einsammeln. Doch. Ich muss dieses Tor öffnen. Okay, wo müssen wir uns eigentlich hin? Was ist denn das Tor? Okay. Welches Tor? Na, warte mal. Da wird doch was angezeigt hier. Als X. Ja, wir müssen da hoch. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Charakter, ne? Wenn es gut ist. Ne. Aber bist du so einen coolen Charakter, hast du den ganzen Sachen? Du sprichst die Spielszene oder so. Hier kannst du was kaputt hauen. Ah, die Unbreakable ist nicht hier, ey. Beim Laufen. Auch, ja. Hä? Ah, ah, den... Mann, ja, die Dinger. Okay. Sehr cool. Da ist... Ich muss die... die Grünen abschießen, gell? Ja. Ich schieß grad alle Grünen ab. Die Ritter tat mir beinahe Leid. Ja. Ich war richtig, ne. Ich bin mal hier ein paar Kollegen. Ich bin ganz glücklich. Du musst sie mit dem X ab... äh... abballern. Also... Call of Duty... Reloaded. du kannst ja auch nur zwei ranzoom die goldene rüstung geil er rennt weg er rennt weg ich will ihn runter schmeißen so ungefähr ziel erfüllt einfach mal so ziel erfüllt ja gute beute wo kommen die da hin samurai schäfer sie sind im sommer gestrandet voll mit diesem zeug die samurais sie sind schwach wir werden zehn zu eins in der überzahl und sie haben ein gutes jahr wir werden eine flotte brauchen das war zeit ja ich bin begeistert und mein kollege hat das letzte wort für die episode kollege ja ich bin am überlegen mit was von der weisheit ich die zuschauer jetzt mal belehren könnte ich habe es aus meiner ausbildung habe ich folgenden satz gelernt es gibt zwei arten von löchern erdlöcher und arschlöcher alles andere sind bohrungen in diesem sinne tschüss 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 tschüss